Ich grüße euch. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, sowas wie einen Urlaubstag zu machen, aber mir ist irgendwie dann doch ein bisschen langweilig und dann habe ich gedacht, ach komm, Urlaub, da können wir auch gemeinsam uns was angucken und es ist ja in aller Munde, ist es ja zumindest oder ganz viele haben es schon gesehen und zwar Luden, glaube ich, heißt es ja von Amazon Prime mit der schöne Klaus, auch wir haben das durchgesucht, habe ich mit Marisa durchgesuchtet und hat mir relativ gut gefallen. Jetzt glaube ich, es kommt noch ein bisschen zu nett weg, so das Milieu und so ein bisschen das Elend der Frauen, es schimmert so ein bisschen durch, mir fehlt da so ein bisschen doch noch der Input, was dann dort dementsprechend für viele Frauen dort unterwegs ist, aber wir haben was gefunden von EJ L. Werner, der hat was hochgeladen, mehr Props kann ich nicht rausgehen, ich weiß es nicht, wo ich es sonst hernehmen sollte und da gibt es eine kurze Doku zu, zu dem Thema Kiez, der schöne Klaus, die goldenen Zeiten sind zu Ende und ich glaube, jeder, der da mal reingeguckt hat in dieses Rotlichtmilieu, muss auch sagen, die goldenen Zeiten im Rotlichtmilieu sind zu Ende. Es ist preislich, es ist glaube ich für viele preislich zerstört, es ist ein Überangebot, es werden Leute mit Sicherheit da noch ihr Geld drin verdienen, aber das Ziel von den meisten im Rotlichtmilieu war ja irgendwann solide zu werden. Solide wurden alle Menschen genannt, die außerhalb des Milieus agieren und die hat man solide genannt, aber das Ziel von allen, die ich kennengelernt habe, egal wie tief sie dort in dem Rotlichtmilieu drin waren, das Ziel von allen war ja solide werden, Immobilien kaufen, am besten die Betriebe kaufen, in denen geackert wird, sowas wie das Pasha, das Eros Center und so weiter, wenn du der Besitzer dieser Immobilie bist, kannst du es teuer vermieten, hast keinen Heckmeck, jemand anderes macht den ganzen Ärger mit Freiern, mit Konkurrenz, mit Polizei, mit Finanzamt, mit allem drum und dran, von Ordnungsamt bis hin zu Feuerwehr, Notausgänge und so weiter und das war einfach das große Ziel von allen, dann immer dementsprechend solide zu werden und dann so das Geld zu verdienen. Ein Traum, da ein Leben lang drin zu bleiben, egal mit wem ich da gesprochen hatte, Betreiber von Saunaclubs und so weiter, was dann Freunde von mir waren, die waren immer alle bedient. Das ist unglaublich zermürbend, ich weiß, im Internet wird das so dargestellt, es ist eine coole, geile Sache, ja, dann bin ich im Milieu unterwegs und da stellen sich viele so vor, als wenn das, aber es ist unglaublich zermürbend, anstrengend, dort zu tun zu haben, mit den Wehwehchen der Frauen, mit den Freiern drumherum, mit der Unzuverlässigkeit, mit Alkohol, Drogen, alles drumherum. Es ist einfach kein Traummilieu, alles andere, was Leute dann dort erzählen, ist dann halt auch, ist auch gedüse, das muss man halt auch einfach mal ganz klar sagen. Also, ich bin gespannt, ich glaube, wir sehen auch einen Teil von dem schönen Klaus, der dann hier auch gealtert ist und es ist immer wieder ein Phänomen, das muss ich sagen, dass von den meisten, die da mal irgendwann drin war und dort dann von Ferraris, Lamborghinis gefahren haben, jeden Tag irgendwie von den Frauen irgendwie 3000, 5000 Mark abgeholt haben, dass da nichts von übrig geblieben ist, außer die blaue Sonnenbrille ist bei den meisten von denen nichts übrig geblieben. Also, dass man da so eine lange Zeit, ich weiß nicht, sagen Leute, ja, ich weiß nicht, gibt es immer so die Sprüche, ja, lieber 5 Jahre mega geil gelebt haben, ich glaube, das schöne Klaus war nur 4 oder 5 Jahre aktiv, hat so viel Geld für den nichts übrig geblieben, dass man sich nachher überlegen musste, okay, wie bezahle ich ein Bier in einer Kiepskneipe, wenn das mal nicht traurig ist. Und das gleiche gilt für die Frauen, bei denen dann aus diesen Milieus dann auch wirklich nichts übrig bleibt. Das ist der absolute Wahnsinn, warum man dann überhaupt, ja, wenn nicht mal monetär was übrig bleibt. Ai, 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 ai. Also, grüßt euch, schön, dass ihr auf der Reise mit dabei seid und wir starten in die Doku rein. Ich glaube, das ist ein separat gemachtes Intro und dann gucken wir gleich, wen wir da Props geben. J. L. Werner, der Hamburger Kiez, ich würde sagen, Kiez, ich weiß nicht, ihr könnt es, glaube ich, gar nicht so richtig lesen, ne, Kiez ohne Tee, würde ich sagen, das ist mir gleich aufgefallen, Kiez, würde ich sagen, nur K-I-E-Z, aber gut. Ja, genau, viele Kiez-Grüßen bieten ja auch für den Trinkgeld Touren an, ja, so ungefähr, ne. Äh, ja. Also, Werner scheint selber dann irgendwie hier mal auf dem Kiez unterwegs gewesen zu sein, aber ein Kölner Kennzeichen, ja, keine Ahnung, vielleicht zusammengeschnitten, aber danke für den Clip, Werner und Attacke. Ja, geile Zeiten kann man natürlich doppeldeutig sehen, geil in Form von Sex, geil, aber das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, wie viele dann da drauf gucken und, ähm, einen Moment, ähm, wie viele dann da drauf gucken und sagen, das waren die geilen alten Zeiten, ne. Das ist so eine Sache, die mir so überhaupt nicht passiert, aber dazu gehört auch ein bisschen Reflexion, aber geile Zeiten, da wird auch vergessen, was damals da schon los war, ähm, untereinander, aber gut. Also, es ist auf jeden Fall ein Kölner, dahinter steht auch Dom, irgendwas, also das ist ein Foto aus Köln, aber hat dann hier irgendwas aus Hamburg gefunden und dann zusammengeschustert. Ja, gut. Ja. Ja. Ja, was für eine typische Hamburger Dinn, äh, würde ich sagen, viel realer vom, äh, Snack her geht das nicht. Ähm, da hört man Hamburg durch und durch raus und, ähm, da muss ich sagen, da muss ich sagen, das ist so, das tut mir leid, auch für die junge Frau, ich weiß nicht, wie alt die Gugu ist, aber wenn du natürlich da kleben geblieben bist nachher, das, äh, das ist nachher das Leben, ne. Und das ist jetzt hier noch, darf, ich weiß nicht, darf man das sagen, das ist jetzt hier noch fertig geschminkt und fertig gemacht, ne. Das ist so, äh, ich hab das auch in einer kürzesten Zeit gesehen, GameStar, dankeschön fürs Abo, dankeschön. Ich hab das bei vielen Frauen in einer kürzesten Zeit gesehen, besonders auch bei jungen Mädels, die angefangen haben anzuschaffen. Ähm, wenn du die nach zwei Jahren gesehen hast, das, 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 den hast du, den hast du das Leben angesehen. Man hat's gesehen von, ähm, von einer bildschönen jungen Frau. Äh, Ralf, Alter, meinst du, die sieht ungeschminkt anders aus? Wer weiß? Ich will damit sagen, das ist halt, ja, wenn du dann kilometerweit schon irgendwann irgendwie hier, äh, gemacht hast, also mit Kilo, wir meinen nicht, also, ne, kilometerweit, das macht was mit dir. Dieses Leben, nachts, ich will jetzt niemanden das unterstellen aus dieser Frau, aber typischerweise Alkohol, Drogen, Nachtleben, ähm, alles drumherum. Und ich sage es auch immer wieder, da kommen nicht nur Freier, die so gut aussehen, sondern da kommen halt auch Alex und Ralf und Chris und so weiter, kommen da halt auch zu Besuch. Und man hat es innerhalb kürzester Zeit gesehen, wie viele der Frauen dann optisch wirklich gebrochen, man hat es gesehen, dass die optisch gebrochen waren und die wurden von, ich nenne es mal, von wirklich ganz relativ zerbrechlichen jungen Frauen, die ja irgendwie sich daran beschnacken lassen, wurden die innerhalb kürzester Zeit ganz harte, abgewichste, ganz harte, ganz, ganz harte Frauen, innerhalb kürzester Zeit. Nee, ich habe es hingelegt und habe mich gefreut, so ein Hügel, aber alles immer durcheinander, irgendwann hat er sich immer so geknuddelt hin, hat er sich mal beschwert. Da habe ich gesagt, sei doch froh, dass es überhaupt da liegt, wenn ich jetzt anfange, noch die Scheine zu bügeln, Kopf auf Kopf, könnte ich mir ja überlegen, ob ich es nicht doch behalten will. Ja, was für eine lustige, was für eine lustige Geschichte, da klingt natürlich auch eine, ähm, ähm, was für eine lustige Geschichte, ich bin auch jemand, der damals sein Geld immer gestriegelt hat, also nicht gebügelt hat, aber die Scheine ordentlich gemacht hat, wenn der Schein zu kaputt war, habe ich den auch weggetauscht oder so. Ähm, und der Kopf auf Kopf und so weiter, das ist für viele, ähm, wenn sie das gebündelt haben, dass das nicht so wild untereinander war. Ich habe dann, ich habe, ich habe früher auch immer im Milieu, habe ich dann auch immer zu den Leuten gesagt, ich sage, wer Geld nicht schlecht behandelt, äh, wer Geld schlecht behandelt, da haut es auch ab von. Ähm, so ein, so ein Blödsinn, aber, äh, wie geil ist das denn, ja, kommt, dann wird das so geknüllt hingelegt, dann wird noch gemeckert, dass er gerade 2, 3, 4, 5.000 Euro von ihr abholt und dann soll sie das auch noch bügeln, nachdem sie dann irgendwie so 10 Stunden irgendwo im Laden geackert hat. Das ist schon, das ist, die, 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 die Zeiten sind krass, krass, einfach, äh. Hat ja nichts mehr zugesagt. Das ist die Motivation. Man, man macht, man liebt ja die Arbeit, man hat doch Spaß, man macht seinen Job. Man ist jung, man will einfach nur Klamotten, man will leben, man will für eine Hose wandern. Ja, und dann sitzt du nachher da mit, weiß nicht, was darf man sagen, darf man die Perle vom Alter her schätzen, macht ihr das mal, dann bin ich nicht, dann bin ich nicht der Buhmann. Schätzt man die Perle? 29 doch nicht. 29, 40, hätte ich auch gesagt. 40, ich habe mein Geld immer gebübelt, mir die Finger verbringt, das Kleine in die Bauchtasche getragen hat, Digger. Ja, geht auf die 40 zu, fragt sich auf welcher Seite, ja, 40, 45, zarte 18, ja. Ja, und das ist das halt, ne. Viele der Frauen dann auch, ja, ich mache das 2 Jahre, da habe ich richtig viel Geld verdient, ja, und dann machen wir ein Restaurant zusammen auf, ein kleines Hotel und dann hast du das alles für uns reingeackert. Ja, und da sitzt du 20 Jahre später noch immer dann in dem Laden und musst dann immer noch deine Mumu enthalten um das Geld. Ja, was für Sprüche dann so, ja, man hat ja auch dann gerne gearbeitet und so weiter. Ich weiß, da schreibt wieder irgendjemand drunter nachher und sagt so, ja, da gibt doch Frauen, die das gerne arbeiten. Ich habe wenige kennengelernt, die gesagt haben, ich mache das jetzt ruhig. Ich habe, ich habe auch, ich habe mal zwei, ja, eher eine, kennengelernt, die gesagt hat, ich mache das aus Lust, auch Lust mit dabei, aber minimal, minimal. Ja, also, und das ist natürlich dann hier, ja, schöner Werbespruch, ne, hier, schaft mal an, Martin, mein Freund, grüß dich, grüß noch aus Stock. Auch mal eine maßangefertigte Lederhose für 1800 und so, da war auch irgendwie nie, wurde nie drüber gesprochen, wenn ich das mir geholt habe. Dann habe ich dann immer gesagt, ganz brav, ich bin auch morgen ganz, ganz fleißig. Ja, wie gesagt, ich habe ja auch jetzt mit ehemaligen Prostituierten, das öfter mal zu tun, die sich melden, da hat ja auch, vorhin mit Marisa zusammen war, hat ich mich auch mit zwei, dreien getroffen, die, weil man gleiche bekannt hatte, dann auch ausgestiegen war, dann auch getroffen haben. Ähm, eine nicht gebrochene habe ich nicht kennengelernt. Also, ähm, irgendwie, auf irgendeine Art und Weise waren die alle gebrochen. Egal wie. Und wie gesagt, das, was übrig bleibt, ist die Lederhose für 1800 Mark, ne. Ja, das ist das, was übrig geblieben ist aus diesem Leben. Ich sage euch das, dass ich, ich weiß gar nicht, ich habe ganz, 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 ganz wenige Frauen kennengelernt, die das ganz eisern betrieben haben und das Geld in die Heimat zurückgeschickt haben und dann gesagt haben, oh, ähm, äh, und, ähm, wie soll ich jetzt hier, und, ähm, die das dann ganz eisern geschafft haben, das Geld beiseite zu packen. Ich hatte immer mal eine, äh, die hat das wirklich eisern gemacht, um sich dann irgendwann ein Restaurant zu eröffnen in ihrer Heimat und so weiter. Die hat wirklich alles nach Hause geschickt, alles gespart. Aber das sind, das ist, das, das können die meisten nichts, ja. Aber die Lederhose passt seit zehn Jahren auch nicht mehr. Oh, Marc, der Marc ist heute frech unterwegs, ey. Und dann habe ich das irgendwie wieder reingeholt. Das hat Uwe gar nicht interessiert. Ich meine, damals waren diese Bomberjacken modern und irgendwann brauchte ich mal 5000 Mark, weil ich eine Brust-OP machen wollte. Und da hat er mal eben hier oben den Reiferschluss aufgemacht und 80 rausgeholt, hat mir fünf hingelegt und hat gesagt, Miezi hat er mich immer genannt, du machst mich arm. Und die 75 wieder rein, aber da waren die fünf für den Arzt. Die habe ich auch heute noch, meine Ohren. Ja, da fehlen vielleicht manchmal auch teilweise die kognitiven Fähigkeiten, das zu verarbeiten, dass die fünf dann auch die letzten zwei, drei Tagen gegeben wurden. Da fehlt es halt einfach, das ist ja nicht mal böse gemeint, aber dass das, dass alle die Kengenländer, die selber Weiber am Start hatten, also nicht nur reisende Frauen, sondern die Weiber als ihre eigenen bezeichnet hatten, na klar ist das ein Geben, aber das Nehmen ist natürlich im Quadrat. Na klar musst du, kannst du zehn nehmen, aber du musst einen zurückgeben oder eineinhalb. Von der Handtasche bis hin zu Schmuck, Uhr, Sonnenbrille oder sonst irgendwas. Aber alles andere, dass das dann teilweise nicht verstanden wird, ja okay, eigentlich habe ich diese Ohren bezahlt. Meine Jungs. Als der schönste und bei den Frauen erfolgreichste Nutella-Boy galt Klaus Barkowski. Besser bekannt als Lamborghini Klaus. Schnelles Geld und schnelle Autos. Als 15-Jähriger steigt er ein, mit 33 wieder aus. Ja, also mit 15 einsteigen, da muss man immer so ein bisschen vorsichtig sein, ne. Also auch wenn Leute mir sagen, ja die waren mit 16, 17, 18 voll die Nummern oder so, das sind Paulaner-Geschichten. Ich glaube, letztens, wo ich über das Thema so für mich ein bisschen recherchiert hatte, war das dann so, dass da übrig geblieben ist, dass teilweise im Elbschlosskeller, was man sagt, ist ja nur eine der, die Kneipe, die ja nur während Corona mal zu hatte, die ja sonst 24-7 auf hat und wo der letzte Rest vom Schützenfest sich aufhält. Ich glaube, der Daniel Kellerkind ist ja auch ziemlich bekannt geworden mittlerweile, hat auch einen Spiegel-Bestseller geschrieben und ist ja auch mehrmals im Fernsehen immer zu sehen, bei Reeper waren privat und so. Dass es dann geheißen hat, ja der schöne Klaus konnte sich dann manchmal nach dem ersten Bier schon kein zweites mehr leisten, ne. Das ist von Lamborghini Klaus zu Pumpenmann-Astra-Bier geworden. Es tut mir leid, man muss es so erzählen. Ich habe einfach geschauspielert, habe eigentlich über meinen Schatten, habe das verdrängt, alles, habe über, bin eigentlich moralisch so ein bisschen, über meinen Schatten gesprungen. Ja, dann gibt es ja auch Frustkaufen oder, oder, oder nicht dran denken oder schnell von Party zu Party oder von Frau zu Frau, also. Tja, das, was er hier erzählt, ich glaube, das ist auch bei der Serie Luden so ein bisschen durchgekommen, dass er ja schon noch so ein Gewissen hatte und das ist ja hier schon sehr ehrlich reflektiert, ne. Man musste, man musste sich ablenken, man musste irgendwie die Gefühle unterdrücken, betäuben, ne. Alkohol, Alkohol, Drogen, ja, Partys, Frauen und so weiter. Man weiß natürlich, dass man die Leute und die eigenen Frauen, die verliebt waren, da reingetrickst hat, ne. Also ich habe gerade am Wochenende, ich weiß nicht, das kann ich, am Wochenende habe ich mit jemandem darüber gesprochen, der selber, der selber im Milieu aktiv war, die dann, der auch mit Klaus befreundet war, deswegen bin ich drauf gekommen, das heute zu machen. Und der, der mir dann erzählt hat, Grüße gehen raus, Grüße gehen raus, ich erwähne es natürlich nicht. Der mir dann erzählt hat, die sind wirklich aus Hamburg gekommen, sind die nach Neumünster damals gefahren, in eine Diskothek und am gleichen Abend hat der, hat der schöne Klaus und irgendein Kompagnon von ihm, haben aus der Diskothek zwei Frauen mitgenommen und die haben am gleichen Abend noch in Hamburg geackert. Nur damit man das mal auch wieder, immer wieder darüber spricht, was da los war und wie das funktioniert hat. Die haben dann dort die jungen Mädels aus diesen Diskotheken, haben die die rausgeködert und haben denen dann dieses Ausbrechen aus ihrer vielleicht Spießigkeit in irgendwelchen dörflichen Regionen und so weiter, denen das halt versprochen. Und gesagt, naja, große Liebe und hier, und das ist das hier, was der Klaus hier, glaube ich, sagt, dass man dann, ja, sozusagen, trotzdem, wenn man noch einigermaßen Mensch drin war, sich natürlich auch schuldig gefühlt hat. Es ist ja trotzdem auch ein gewaltgeprägtes Milieu, jetzt vielleicht nicht, dass der Klaus gewalttätig war, aber trotzdem, ne, von Freiern untereinander, die Sprache sehr rau, das Umfeld sehr rau. Und die haben die dann innerhalb kürzester Zeit dort zum Ackern geschickt und da hat man natürlich auch Schuld auf sich geladen. Gar nicht viel nachdenken, weil wenn man nachdenkt, dann ist das nicht so schön. Sehr, sehr ehrlich, ne, das muss man auch mal sagen, finde ich immer gut, wenn die Leute da ehrlich drüber sprechen oder muss man das auch respektieren. Nutella-Mitglied hat innerhalb der Organisation seine Aufgabe. Klaus Balkowski soll Frauen ins Milieu locken. Arbeitsplatz ihrer Prostituierten unter anderem das Eros-Center. Das sieht ja alles ein bisschen anders aus hier. War damals auch überdacht, damit die Frauen nicht im Nassen standen. Wenn das mal geschleitert hat oder mal geregnet. Und Herr Josef, naja, so angefangen bin ich eigentlich dort oben hier, in der ersten Etage mit drei Zimmern. Dann hat man einen Freund, einen starken Hund, der hier schon auf St. Pauli auch einen Namen hatte, aber eben auch noch kein Geschäft hatte und nur eben halt auch zu älter war, hatte auch eine Frau gehabt. Da habe ich zu ihm gesagt, pass mal auf, wir beide machen jetzt ein Bordell hier, nehmen wir so einen Puff da oben und dann legen wir mal los. Du passt hier auf ein bisschen und wenn da Probleme auftauchen, dann deckst du mir den Rücken. Das muss man sagen, das ist, würde ich sagen, heute so gut wie nicht mehr möglich. Das, was er gesagt hat, hatte damals schon einen Namen so auf dem Kiez. Das braucht man, glaube ich, grundsätzlich, dass du dann sagst. Oder du kommst gleich mit so massiver Gewalt um die Ecke. Aber auch da gucken natürlich die Cops hin. Hier war das, hier war das vielleicht noch so, dass das wirklich eher dann noch mit, vielleicht noch mit Fäusten zu regeln. Ja, genau, es wirkt so wie alte Kiezromantik, war so der Rückendecken und so weiter. Hier habe ich dann angefangen, drei Zimmer. Ja, ja, das ist halt schon so wie im Titel vorhin dann auch, wo es drin stand, dann so, ja, die guten alten Zeiten. Ich weiß das immer nicht. Die Nachbetrachtung, die klemmt dann auch immer so ein bisschen. Da ist vielleicht auch ein bisschen Wehmut dabei von dem Leben, was man dann heute lebt oder in welche Unbedeutung man auch gefallen ist. Das ist ja auch für viele ein Thema. Jetzt bin ich unbedeutend. Früher war ich ja der, der Mann auf dem Kiez, der bekannt ist. Ich war Lamborghini Klaus und so weiter. Ja, ist dann immer, ja, früher gab es ja auch ein Dach hier, wenn die Frauen bei Schnee draußen standen und so weiter. Klingt immer alles so, als wenn das so ein, ja, wie so ein Spaß so ist, weißt du. So, ja. Vordell hier, nehmen wir so einen Puff da oben und dann legen wir mal los. Du passt hier auf ein bisschen und wenn da Probleme auftauchen, dann, ne, deckst du mir den Rücken. Ja, okay, Silvercouch schreibt gerade, wie behauptet, Markus Prinz von Anhalt immer, der von Puff-Betrieb lebt. Er hat noch keine Prostituie gehabt, die er einen psychischen Schaden davon getragen hat. Bisher wollten alle freiwillig arbeiten, ist klar, moin. Ja, absoluter Schwachsinn, absoluter Schwachsinn. Ähm, der Großteil wurde da reingetrickst mit Versprechungen und so weiter. Ein, äh, das ist, äh, das ist absoluter Blödsinn. Jeder, der mit, äh, es gibt welche, die das danach relativ gut verarbeitet haben, da habe ich auch welche kennengenommen, die das verarbeiten konnten, die danach in stabilen Beziehungen lebten und so weiter. Es bleibt aber trotzdem immer eine gewisse Härte bei denen oft übrig. Also, das, das ist einfach so. 15 Frauen nennt er sein Eigen. Damit hält er bis heute den Rekord. Für viele ist es eine Ehre, die Frau vom schönen Klaus zu sein. Sie machen ihn zum reichen Mann. Musst dir auch mal das, musst dir mal das Heckmeck vorstellen, 15 Frauen, ähm, abzukassieren, zu pflegen und jedem von denen, ähm, das Gefühl zu geben, du bist meine Frau Nummer eins mit dir, möchte ich vielleicht mal, dich möchte ich vielleicht mal heiraten, mit dir zusammenleben, alles, allen Versprechen und so weiter. Das ist ja, das ist ja ein 24, 7, 365, äh, äh, Tagejob, unvorstellbar. 15, aber was da, was da abkassiert, warum, was die, und dann, oh, nee, 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 nee. Also, 15 kann, äh, kann sich, glaube ich, kein Mensch vorstellen. Ich weiß, es klingt immer nicht so, nicht so groß, aber 15 ist eine Megazahl, wenn ich mich darum kümmern muss. Jeder, der schon mal irgendwie im Milieu war und wusste, er muss sich um, um nur so um zwei, drei Frauen kümmern, auch schon so, wenn es selbst, selbst Externe und so weiter, wie anstrengend das sein kann, weil hier kicken auch ganz normale menschliche Dinge rein. Das ist ja nicht so, dass du die, dass du dann sagst, so, ja, jetzt abelst du hier zwölf Stunden, dann machst du zwei Stunden Pause, sondern, ähm, dann, äh, 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 dann kommen die nicht, dann ist Geld weg oder hauen ab oder verlieben sie, ein Freier verspricht denen Freiheit, wollen raus, ähm, dann Alkohol, Drogen, ein Thema, Familie kommen, ähm, Angstzustände, ähm, alles, alles Mögliche, das muss ja, das muss eine Mammutaufgabe gewesen sein. Die haben das irgendwo zur Hose hingelegt, haben ihr Geld genommen, was sie brauchten und dann, wenn sie irgendwie mehr brauchten, als, wie sollen wir mal, 100 oder 200 D-Mark, dann haben sie gesagt, ich möchte da eine Jacke haben oder ich möchte einen Porsche haben, dann gab es eine Jacke und einen Porsche. Natürlich, wenn sie nur 5.000 verdienen im Monat, dann gibt es da einen VW hier von Krabi oder so, vom Osten, ne, das geht nicht, aber dann haben die Frauen auch ein bisschen mehr verdient. Und dann ist man auch gerne bereit, dass sie dann auch eine schöne Wohnung haben, Ohren, Schmuck, alles drum und dran, also bei mir schauen sie ja auch immer wie ein Tannenbaum, die guten Frauen, dann nimmt man einfach so. Ja, ist, das, 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 das ist ja so, das ist ja so fast so, als wenn jetzt, als wenn jetzt der Klaus der Gönner war, ne, also die, die gut war, die wurde von mir auch gebannt, die konnte auch alles haben. Im Endeffekt haben die Frauen das ja alles selber bezahlt. Das ist hier, ich glaube, ich glaube, dass das manchmal, dass das gar nicht verstanden wird von vielen, die dann echt so sagen, so, ja, ich war doch gut zu denen, ich habe denen doch das und das gekauft. Und seien wir doch mal ganz ehrlich, also, dass der schöne Klaus jetzt irgendwie, ach, Porsche gekauft hat und die an seine Frauen verschenkt hat oder so, das wissen wir alle, das ist nicht passiert. Also, das ist mal sehr, sehr klar, ne, also, ja, genau, Joe, also, genau, fast wie ein Wohltäter, ne, da wird fast so raufgeguckt und sagt, naja, ich habe das doch alles, ich habe das doch alles für die Frauen gemacht, ne, und denen ging es doch allen gut. Das ist aber auch das Runterbrechen auf dieses Monetäre und dann zu sagen, okay, ich kriege von der Frau im Monat, kriege ich 40, 50.000 Euro und dann kann sie auch 10.000 zurückhaben, ja. Aber trotzdem bist du dann nicht der Wohltäter und der Gönner. So eine Strichliste, schreib die Namen auf und dann kommt man auch nicht in den Schleudern, ne, mal abhaken, da warst du, da warst du noch nicht. Und, naja, das war eben halt so, ich habe ja eigentlich immer das Optimum gesucht und da habe ich gedacht, Mensch, naja, bei 10 Frauen habe ich festgestellt, hier hast du endlich eine perfekte Frau. Die anderen hat schöne Haare gehabt, die anderen hat schöne Augen gehabt. Ohne, danke. Ja, nur, dass man da auch das guckt, über was für ein Weltbild spricht man, also wie guckt man dann auf Frauen. Das ist genauso wie die meisten Frauen, die dann in diesem Milieu sind oder waren, wie die danach auf Männer gucken, die sehen das auch nur noch als, viele dieser Frauen, das weißt du, die gucken auf Männer voller Abscheu und viele, die mit den Frauen zu tun gehabt haben, gucken da auch voller Abscheu drauf. Das hat die alle, alle verändert, das Leben da drin. Und dann so dieses, ja, jetzt habe ich 10 Frauen, ist halt die perfekte Frau, die eine hat schöne Nägel, der andere hat schöne Haare, die andere kann dies, das, so mit den 10 und ich bin jetzt hier der King in der Mitte. Das hat natürlich was auch mit denen gemacht, dass die gedacht haben, sie sind irgendwie, sie sind irgendwie gottstatusgleich. Also, schöne Zähne oder lange Beine oder konnte sich gut kleiden oder war lieb oder nett. Also, jede Frau hat ja irgendwas, wo man sagt, ey, das mag ich besonders gern. Ja, und dann habe ich gesagt, Mensch, siehst du, Klaus, jetzt hast du ehrlich eine perfekte Frau. Also, 10 Frauen waren für mich eine perfekte Frau. In der Ritze läuft damals ein reges Tauschgeschäft. Auch Uhren, so viel wert wie ein neuer Kleinwagen, wechseln die Besitzer. Schön müssen sie nicht sein, aber teuer. Wenn eine Frau so was macht, wenn sie so... Und nichts übrig geblieben, ne? Die haben ja teilweise nicht mal ihre Uhren rüber gerettet oder sonst irgendwas. Dann sind sie nachher auf Blender umgestiegen. Ja, dass sie dann wenigstens noch nach außen und wenn dann was nicht geklappt hat, dann mussten sie die Uhr nachher verpfänden, weg. Für 30.000 D-Mark gekauft, dann wieder für 15.000 weiter, gegen Frauen getauscht, verzockt. Die haben ja auch immer alle so viel gezockt. Das muss man ja auch immer mal sagen. Ich habe ja gerade über Spielsucht wieder gesprochen, was im Milieu gezockt wird, weil das Geld schnell kommt, geht schnell. Was da oft für Mist über den Tresen gegangen ist. Ja, na klar. Und dann musst du natürlich auch in diesem Milieu, musst du dann ja so mithalten. Du musst ja dann dort mit einem aufhaken. Da kannst du auf einmal nicht mit der Swatch Casio ankommen, wenn du dazugehören willst. Dass die Frau dann auch sagt, ja guck mal hier, guck mal deinen Mann an, der mit der Swatch oder so. Aber es ist immer wieder, dass dann so wenige dabei sind, die da irgendwas von mitgenommen haben. Was überhaupt, wenn ich da meine, sollte sie auch dafür entlohnt werden oder auch genau sowas davon haben wie ich. Ja, und das habe ich dann auch so gehalten. Und dadurch war ich nicht, das war dann auch wo meine Stärke. Und dann mussten natürlich die ganzen Jungs nachziehen, weil die ja gesehen haben, meine Frauen haben das, warum dies, selbst die Zuhälte hatten noch nicht mal so tolle Sachen, haben doch noch nicht mal so eine Rolex, ja, mit Brillanten. Ja, und dann fing die an, alle sich zu verändern hier auf St. Pauli. Meine Frau hat auf einmal auch einen Porsche, vielleicht einen kleineren, aber, oder vielleicht sogar einen größeren auf einmal. Tja, tja, weiß ich immer nicht. Das ist so, ja, dann hast du deine fünf Jahre gehabt, irgendwie, die du dann da drin bist und dann, jetzt mussten alle mitziehen. Das ist eine sehr, ähm, es ist natürlich eine sehr optische Szene, um noch zu gucken, was stellst du da über Äußerlichkeiten, ja, ähm, das war schon sehr, sehr vielen, sehr, sehr wichtig, dann sehen und gesehen werden und das ist halt auch über, über einen gewissen Status ist das gegangen, das hat sich ja bis heute nicht verändert, dass viele das dann über den Status machen, äh, dies, das, habe ich, wie wohne ich, wie lebe ich, ähm, und so weiter. Und das ist ja auch, das ist ja auch in einem gewissen Maße okay, aber hier ist es dann so ein gegenseitiges, ähm, so dermaßen hoch pushen, äh, dass, dass das, dass das jegliche Realität, ähm, verloren hat, ja, Joe, sein Lieblingsthema ist er selbst, ja, ist schon, ist schon, ist schon sehr selbstverliebt, nur die Nachbetrachtung ist natürlich auch gestört, ne. Und so kam das natürlich, dass sich das Ganze verändert hat, dass auch die Frauen leben durften. Ich hätte immer noch richtig zur Schule gehen können und alles und ich war einfach zu faul. Einfach, äh, es war einfach zu bequem. Ich meine, wenn du auf einmal ein paar Tausende an einen Tag kriegst, da kannst du doch nicht Nein sagen, oder? Dann habe ich mich lieber an die Bar gesetzt mit meinen Kollegen oder bin ja wo rumgefahren oder rumgelaufen und habe mal Spaß gehabt, Klamotten gekauft, habe mir eigentlich das alles erlaubt, was eigentlich jeder Mensch im Grunde genommen sich in jungen Jahren wünscht. Ja, die 80er muss man dann hier auch, hier, da guckt Klaus da hinten aus dem Auto, da bei dem Lamborghini. Das ist natürlich, ähm, ja, Ferrari fahren und eine Einzimmerwohnung hinter dem Kieze ungefähr. Ähm, das ist, äh, natürlich ist dieses, ist dieses Geld, das schnelle Geld verlockend, besonders in jungen Jahren, ähm, das zu sehen, äh, man weiß da ja auch noch nicht in jungen Jahren, was opfert man dafür, ne? Also, was wird es mich kosten, dass ich das und das mache, dass ich hier lebe, ja, wenn dann die erste Schießerei ist, wenn die, wenn das erste Mal Polizei kommt, Verhaftung, ähm, äh, Betrug und so weiter, ähm, genau, da verliert Geld seinen Wert, kein Wunder, dass da nichts übrig bleibt. Reif, dadurch möchte ich kurz anspielen, genau, dass die Leute nachher teilweise gar kein Gefühl mehr hatten, was 3000 Mark sind, was 5000 Mark sind. Und die haben ja immer gedacht, morgen gibt's Neues. Da war ich sogar, ich war ja schon jemand, der immer sehr, sehr gut vorgesorgt hat. Ich war da sehr, sehr vorsichtig, ähm, hab immer eine, 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 eine Quote, ähm, beiseite gelegt und investiert und so. Du denkst aber, okay, letzten Monat gab's die und die Summe, nächsten Monat gibt's die Summe plus noch was. Es geht ja immer so weiter, na, und hab ich heute 30.000 verloren, äh, nächsten Monat gibt's nochmal 50. Das ist aber, ähm, das, das, das ist eine Krankheit, da können sich ganz, äh, viele nicht gegen wehren. Ich würde sagen, so die meisten sind anfällig dafür und glauben, das Geschäft geht immer so weiter. Aber, ganz wenige, die man ja kennt, die heute teilweise noch da sehr, sehr mächtig sind und dann die Immobilien besitzen, die, ähm, das, das ist die große Ausnahme. Alle haben gedacht, morgen gibt's wieder ja neues Geld. Ein Lamborghini, nicht nur ein, zwei, nicht nur ein SL, vier SL zur gleichen Zeit. Also, egal, wie, ich hab mir das erfüllt, eigentlich, was andere sich erträumt, oder erträumt haben in der Jugend, wo sie sagen, guck mal den Porsche, ja, weg, siehst du, aber ich hab gesagt, guck mal hier, sitzt Klaus drin, so, und ich bin gefahren. So, mit dem, ich hab das gemacht, bin nach Amerika, so, Monte Carlo, ich hab ja alles nur über diesen San Paulianer, über den Kiez, dadurch hab ich das bekommen. Du hast es durch die Frauen bekommen, nicht San Paulianer Kiez bekommen, das ist durch die Frauen bekommen. Ja, guck mal, das musst du dann auch mal gegenrechnen, ne, ich glaub, ich glaub, Mitte der 80er war, äh, äh, der schöne Klaus schon wieder raus, oder Lamborghini Klaus, ich glaub, Mitte der 80er war das schon wieder Ende, oder, oder Ende der 80er, und jetzt, seit 35 Jahren, 40 Jahren, mit nix, ne. Ich weiß, da sagen viele, so, ja, war er mal, war er mal in den USA, in Monaco, und dann da einen auf dicke Hose gemacht, Geld ausgegeben und so weiter. Ich weiß nicht, vielleicht ist das bei mir meine Ablehnung, mich holt das ja nicht ab, ne, also, mich holt dieses, so, einmal hier, ich war einmal, äh, wer, ähm, holt mich da nicht ab, wenn davon wirklich nichts übrig bleibt, ne, also, auch menschlich ist es ja hier nicht mal so, dass ich jetzt sage, so, ja, boah, krass, ähm, sondern hier ist ja immer noch diese Betrachtung, ich weiß nicht, die Doku wirkt ja jetzt auch schon ein bisschen älter, ähm, der ist ja auch noch ein bisschen gealtert, die neuesten Bilder, die ich gesehen habe, also die Doku ist mit Sicherheit auch schon 10, 15, 20 Jahre, vielleicht sogar alt, vielleicht Anfang des 2000er oder so, ja, der ist jetzt Künstler und malt, ja, aber nur weil du dich selber Künstler nennst, heißt es noch lange nicht, dass du die Bilder teuer verkaufst, oder gut, die Doku hat bestimmt dazu beigetragen, dass Leute sagen, okay, ich kaufe mal so ein Bild von dem, ähm, aber ansonsten, ja, ja, bin ich im Porsche vorbeigefahren, alle haben geguckt, boah, ein Porsche, ja gut, ist jetzt nichts, wo ich mich für umdrehe, aber ich bin auch nicht autoaffin, also, Gemeinsame Betriebsausflüge und Weihnachtsfeiern gehören zur Firmenpolitik der Nutella-Bande und so fließt ein allerdings überschaubarer Teil des Geldes an die Frauen zurück. Ja, ist halt aber trotzdem spannend, ähm, ist dann heute ja trotzdem mal spannend, Honky, heute mal live, ja, ich bin öfters live bei Twitch, mit Sicherheit vier, fünfmal die Woche, ähm, das ist, äh, jetzt habe ich vor, ich den gut gemacht habe, was hat er jetzt gesagt, Mensch, Nutella-Bande und so fließt ein allerdings überschaubarer Teil des Geldes an die Frauen zurück. Ja, das Lustige ist, was ich jetzt sagen wollte, ist, ähm, ja, sowas, sowas wie diese Betriebsfeierenden für die Frauen was machen, das haben viele danach auch erkannt. Ich weiß nicht, ob der, ob Klaus das erfunden hat, das ist aber für, für viele nachher dann auch so geworden, dass es sowas so fast so gab, dass man dann nachher, dann, dann gab es sowas wie, wie ein Grillabend und wir fahren mal los zusammen, da hat man gemerkt, okay, die Frauen nur so abkassieren, ähm, und zwar, da, da müssen wir jetzt ein bisschen was tun, um die sozusagen bei der Stange, äh, bei der Stange zu halten und, ähm, das ist schon eine spannende Sache, dass man auch gemerkt, okay, hier müssen wir sogar was für die Sozialisierung machen, für die, für die, äh, Beziehungsarbeit machen, um, äh, ja genau, so ungefähr Prinzip Kraft durch Freude, ja genau. Das war da beziehungsweise meine kleine Bande da, haben wir uns auch nicht loben lassen, haben natürlich einen Platz, einen Saal angemietet, Zimmer angemietet, und dann haben wir da, die Weihnachtsfeier gestaltet, ne? Und dann stand ich oben und dann wurden die mal aufgerufen, jetzt kommt die und die, ja, und dann habe ich die Geschenke überreicht. Ja, ist dann jetzt auch so eine Art Erinnerung, wirkt schon ein bisschen cringe, wenn man das so sieht, oder? Ich weiß nicht, wie es euch so geht, wenn man das jetzt so sieht, die, äh, junge Dame dann, die dann da irgendwie von ihm, irgendwie einen Ring geschenkt bekommt, und dann hier, das wirkt so ein bisschen so, Mehmet Göker hier, ähm, so, und alle müssen nachher der schöne Klaus schreiben und Kiez, 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 ja, also irgendwie, irgendwie so, ja, wirkt für mich so, ja, schon, schon merkwürdig, ne? Es ist halt auch aus der Zeit gefallen, das darf man nicht vergessen, ja, es ist ungefähr irgendwie so wie, äh, wie, Reitlingen! 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 So ungefähr muss man sich das dann vorstellen, ähm, wirkt auf mich natürlich, wirkt für mich völlig aus der Zeit gefallen, aber, das muss ja irgendwie funktioniert haben, ne? Ja, manchmal wird ja noch ein bisschen das extra reingetan, bei der guten. Seine 15 Frauen ermöglichen Klaus Barkowski ein Leben in Luxus, wahres spielt keine Rolle. An guten Tagen kommen 10.000 bis 15.000 Mark in die Kasse. Er residiert im noblen Vorort Blankenese, in einem Apartment mit Elbblick. Ja, und so habe ich mich dann hier immer erholt, wenn ich von der sündigen Meile kam. Hier fühlte ich mich dann immer ganz... Äh, ja, Hauptsache dann selber weg von der sündigen Meile, dann nach Blankenese und dann schön auf die Elbe gucken und dann bei den Hamburger Pfeffersäcken mit, mit sitzen. Für mich ist das auch jemand eigentlich, wenn man den Klaus so ein bisschen einschätzt und sagt, ist das auch eigentlich jemand, der vielleicht sogar, so komisch das klingt, aber so richtig das Leben war das ja nicht, der ist ja auch mit knapp 30 da ja auch schon wieder raus. Ähm, ich glaube sogar mit Ende 20 so, ist der da, ist der da wieder raus. Da weißt du ja, was, dass der gar nicht so der Typ dafür war. Ja, ist ein Weglaufen von der Realität und so weiter. Ähm, weil, ähm, so nett und lieb, wie der das beschreibt, so wird das nicht alles auch gelaufen sein, auch nicht untereinander, das Aufteilen. Jeder, der mal im Drogenhandel oder im Rotlichtmilieu unterwegs war, weiß, die Leute, mit denen du Business machst, die neiden dir den Dreck unter den Fingernägeln, die gönnen dir gar nichts, die wollen dann dein Geld, deine Macht, deine Frauen, die wollen auch 15.000 Mark am Tag verdienen und so weiter. Ähm, und dann ist das wirklich ein Weglaufen von der Realität, ja. Sagt man, wieder wie neu geboren, also ich habe mich wieder Kraft geschöpft dann. Es ist ja nicht so einfach so, so ein paar Liter, ein Milieumanager zu sein, weil da gehört ja auch irgendwo noch ein bisschen, gewisse Kälte und Unnaubarkeit und Härte und alles drum und dran, da muss man ja auch ein bisschen, irgendwo auch, äh, kostet ja auch Kraft, ja. Psychologisch gesehen, physisch gesehen, egal wie, es kostet einfach Kraft, ja. Also da hört man jetzt mal raus, das ist jetzt so, ähm, da hört man es jetzt so raus, was da los war, da hat man das schon gehört, der ist da auch ausgebrannt worden, da hat er jetzt mal so einen Moment, wo er dann an dieser Wohnung steht, wo man eigentlich hätte gerne leben wollen, ja, ähm, ist man da raus und ich, ich kann mir das regelrecht vorstellen, ich weiß nicht, ob ihr das auch gerade so fühlt, der, äh, ähm, Manager, wenn er Lose sich Manager nennt, ja, Kiez Manager, ähm, da, da merkt man das, ich kann euch das sagen, der ist morgens aufgestanden, hatte gar keinen Bock, auf den Kiez zu fahren, da, der, der saß mit sich halt ganz oft in dieser Wohnung, hat sich da eine Flasche Whisky reingeknallt oder sonst irgendwas und hatte gar keinen Bock jetzt als, da auf den Kiez zu fahren, sich mit den Leuten da abzugeben und so weiter, das hört man hier schon fast so raus, ja, also wenn man sagt, psychisch, physisch, ja, das dort alles dazu machen, eine Kälte, eine Unnahbarkeit und so weiter, wenn das eigentlich nicht in dir steckt, wenn du eigentlich innerlich irgendwie vielleicht ein netter Kälbis und auch noch Empathie hast, ja, das ist jetzt ja hier nicht die totale Birne, der hat mit Sicherheit, hatte der ein Mega oder hat ein Mega Charisma, sonst kannst du auch nicht so viele Frauen um dich schaden und so weiter und wenn das dann durchkickt, ja, dann sitzt du da halt auch in deiner Bude da in Blankenese und hast eigentlich gar keinen Bock auf Kiez, aber es finanziert deine Lamborghinis, es finanziert dein ganzes Leben und so weiter, ja, das ist dann halt schon der erste Zwiespalt, der dann in deinem Leben da ist. Kann man nicht so einfach sagen, jetzt, ich hab da ein paar Frauen, jetzt lege ich mich dann in die Sonne, das war's. Nein, nein, die Probleme taugen ja dann erst richtig auf, wenn man eine Frau hat, die im Müll ist. Auch Lamborghini Klaus Barkowski steigt aus. Er heiratet eine Multimillionärin, lebt in Miami und London. Alle wollen mal einen Tag zum Feiern auf dem Kiez, Leute, die dort leben möchten, wenigstens einmal am Tag weg, ja, so ungefähr kann man sich das vorstellen. Also, Multimillionärin noch geheiratet, lebt teilweise in Florida und so weiter, aber das ist, glaube ich, auch relativ schnell in die Brüche gegangen. Lässt sich dann scheiden. Momentan ist er dabei, sich als Künstler zu etablieren. Demnächst präsentiert er seine erste Ausstellung. Ich war ja dann irgendwann auch mal so schlau, damit aufzuhören. Dann war ich 33 und hatte dann geheiratet. Ah, okay. 33 aufgehört, aber ich weiß nicht, ob man dann überhaupt noch war, weil aufhören tust du eigentlich schon, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist und man eigentlich nicht mehr kann. Also, die wenigsten sagen ja, okay, ich bin jetzt auf dem Höhepunkt meiner Macht und jetzt gehe ich, und jetzt gehe ich ja oben, denn Haupt ist, hier, verkaufe meine 15 Frauen, verlange dafür irgendwie 50.000, 100.000 Abstand für eine gute Frau, lass mir eine Million D-Mark geben und tschau, Kakao. Blablabla. Da war, glaube ich, schon alles Ende. Hatte dann alles, was Anni sich Mann wünscht, dachte ich, habe gemerkt, dass auch mal Geld gar nicht so wichtig ist. Man muss es haben, aber nicht so viel vielleicht. So, und wie gesagt, dann irgendwann bin ich angefangen und habe gesagt, Mensch Klaus, jetzt mal zu. Weil es war einmal wieder von mir, hat sie ja verschleppt und ich weiß nicht, warum ich das nicht vorher gemacht habe. Ich weiß es nicht. Vielleicht war ich ein bisschen klem, klem oder so. Ja, merkt man natürlich auch schon, da ist da auch schon ein bisschen was passiert ist bei ihm. Auch, ja, da kommt sich einer von den alten Kiezgrößen noch einer der ganz wenigen, die überhaupt noch am Leben sind. Ja, so ungefähr. Darf man auch immer nicht vergessen. Und dann dieses Leben und dann da raus und dann, ja, was mache ich denn danach? Ich glaube, in der Serie Lugen, da war das ja auch schon am Anfang ein Thema immer hier, dass er Künstler werden wollte. Ja. Meine Bilder kann man auch umdrehen und über den Spiegel gucken oder so gucken oder in der Nacht mit Lichtern. Da kann man schon ein paar Geheimnisse entdecken. Da sind ein paar Sachen drin, die man nicht so auf die Schnelle sieht. Man muss sich ein bisschen Mühe geben mit meinen Bildern. Kann nicht so sagen, guck mal, da ist das Gesicht. Ein Gesicht kann ja jeder malen. Ja, das konnte ich jedenfalls immer. So, aber etwas malen, was versteckt ist und da Geheimnisse drin sind, wo man... ich bin so kunstmäßig raus, ich sehe da nichts aus an der Kindergartengruppe. Das tut mir leid, da bin ich kunstmäßig bei diesem New Modern Art, da bin ich raus. Da habe ich immer das Gefühl, man muss dem Kindergartenkind sagen, ja, das ist gut. Andere haben da vielleicht ein Auge für und ich will mir das gar nicht zu nahe treten, aber ich bin kunstmäßig, bin ich da absolut raus bei diesem neuen, modernen Kram und ja, sehe da nicht so viel, egal, ob ich das Spiegel über Kopf angucke oder sonst was. Ist aber gar nicht negativ gemeint. Also wer da Bock drauf hat, kaufen, kaufen, kaufen. Ahle, Ahle, Ahle. Er sagt, ja, guck mal hier, ich schwitze über ein Bild. Ich bin weg. Also ist da mehr drin, als sie nur ein bisschen bei ihr Kreise machen. Da denkt man, das geht auch sicherlich nur so. Da ist einfach was drin. Schwingung und Intuition und Liebe und alles. Hass, Wut, Lachen, alles. Also wie gesagt, ist hier so ein Zusammenschnitt. Habe ich nur gefunden. Deswegen widme ich mich dem mit euch. Dankeschön, dass ihr mit dabei seid, Leute. Dankeschön, wenn ihr Bock habt, den Kanal zu supporten. Dankeschön als Prime-Mitglieder, Kanalmitglieder bei YouTube oder bei Patreon. Dankeschön, Leute. Ansonsten hier Werbung bei Z-Plus mit Philipp 1010 Sparen, Sport, raus, Sommer, kommt, Leute, ein bisschen was tun. Ja, also, mache ich auch nachher und Hecke schneiden muss ich ja nachher noch. Dann Beef Bandits, alles rund um Grillen mit Philipp 10, alles rund um Fleisch, gibt auch ein bisschen Veggie-Kram da, Soßen, alles drumherum mit Philipp 10 könnt ihr ja sparen und das Buch. Ansonsten Spiegel-Bestseller, check mal aus, ging unter den Kongs, da gibt es das Buch mit allen möglichen Klim-Bim-Drumherum. Nicht so schlimm wie bei Klim-Bim-Tommy, aber und ansonsten, checkt den Verein Extremismus aus, wer Bock hat, das zu supporten oder mal mich vor Ort sehen wollen in der Prävention gegen Rechtssexismus und einer Antigewaltarbeiter darf das machen. Dankeschön, 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 Dankeschön. So kann sich das Verbrechen hier jahrzehntelang nahezu ungestört entwickeln. Doch Ende der 80er Jahre passiert etwas, das die Unterwelt erschüttert. Plötzlich fielen Schüsse und plötzlich... Also das muss man auch sagen, das war wirklich so eine Art No-Go, dass es zu Schusswaffengebrauch gekommen ist, was heute relativ normal ist. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, am Wochenende wurde ein Hells-Inch erschossen und der Täter hat sich dann selber hingerichtet. Ist gerade in Hamburg passiert, heute der Schusswaffengebrauch ist glaube ich der erste Gebrauch, Messer, Schusswaffen und so weiter. Da gab es aber mal so eine Art Kodex, ja, dass nicht geschossen wurde auf den Kiez oder in sonst irgendwas, sondern dass das alles noch über Fäuste geregelt wurde. Ist auch so eine Nachbetrachtung, alles immer zu schön, aber dieses massive Schießen aus Erzählungen der alten Kiezgrößen, das hat es so nicht gegeben. Sich wurden Leute umgebracht, vom Hocker geschossen. Eine Jacke auf dem Schoß, hat die Kanonen unter der Jacke gehabt, hat die Jacke hochgenommen, und hat gesagt, tschüss. Du läufst dann aus wie eine Milchdose. Ich habe dran, habe wieder Blut verloren. Ja, ich selber ja auch immer viel mit Waffen zu tun gehabt, auch schon mal auf jemanden geschossen, um ihn dementsprechend töten zu wollen. Okay, laut Bild ging es bei dem Mord um Bitcoins. Ah, okay, habe ich noch gar nicht mitbekommen. Also Streit um Geld im Milieu, das habe ich auch mitbekommen. Kein Bitcoin der Welt ist es wert, dafür sein Leben zu verlieren, aber man muss jemanden nur hart genug in die Ecke drängen, dass der sich bewaffnet und dann jemanden erschießt und dann aus Angst, was er getan hat, sich selber zu erschießen. Also kann man sich am Wochenende mal widmen. Vielleicht widmen wir uns dem Thema nochmal. Ich habe da noch nicht genug gefunden, aber interessant. Ja, wie das hier so erzählt, läuft so aus wie eine Milchtüte und so weiter. Ja, toll, wenn du dann immer, wie gesagt, die Paranoia, mit dem die hier gelebt haben, zu diesem Zeitpunkt, das kann sich die meisten nicht vorstellen, was das bedeutet, dann in diesem Milieu zu leben und immer Angst zu haben, jeden Tag erschossen zu werden, dass die Feinde einem auflauern, bei der eigenen Haustür, im eigenen Laden, dass sich da eine eigene Gruppe gegen die stellt, die eigenen Frauen sich gegen anstellen, können sich die meisten, das ist, wenn ich das hier nur schon wieder so höre, dann wird mir ganz übel. Nachher so weit war, dass man sagte, sein Wort ist Gesetz, der ja ähnlich wie die Justiz nachher auch Gerichtsverfahren abhielt über Leute, die seiner Meinung nach gefehlt hatten und es gab also Protokolle über Gerichtsverhandlungen, wo es einen Richter gab, einen Staatsanwalt gab, auch sogenannte Schöffen und das ging dann mit Strafen zum Beispiel bis hin zum St. Pauli-Verbot. St. Pauli-Verbot, das bedeutet für die Ganoven, dass sie ihre Prostituierten verlieren und Bordellbeteiligung. Das ist glaube ich auch so mit einer Hamburger Erfindung, kann man das so sagen, so du hast Kiezverbot, ja, heute machen sich ja Ripper damit so lächerlich oder sonst irgendwas, das war aber für Leute, die da in dem Milieu waren und Scheiße gebaut haben, egal in welche Richtung oder so, haben die Kiezverbot bekommen, das wurde, musste dann auch eingehalten werden. Ich glaube, das ist damals auch bei diesem Thema mit Erkan Usum, der dort die Mongols gegründet hat, der hatte ja auch viel Geld verdient, erst mit Frauen da auf dem Kiez und der hat glaube ich auch von gewissen Leuten ein Kiezverbot bekommen und ist dann erst eigentlich dazu übergegangen, ja, diese Mongols zu gründen, um dann gegen die Hells Angels, sondern dort auf dem Kiez zu kämpfen. Das ist glaube ich, mit einem Kiezverbot ist das losgegangen. Davor haben die schweren Jungs mehr Angst als vor langen Haftstrafen. Wilfried Schulz strukturiert den Kiez nach seinen Regeln. Dann, Mitte der 60er Jahre, tauchen plötzlich österreichische Zuhälter auf St. Pauli auf. Die sind mit ihren Prostituierten aus Wien nach Hamburg gekommen und wollen sich im Rotlichtmilieu etablieren. Die charmanten österreichischen Damen kommen bei den Freiern besser an als die Deutschen. Als da noch ein St. Paulianer mit Stichwunden eingeliefert wird, kommt es zum Showdown zwischen Wilfried Schulz und dem Chef der Österreicher. Der Höhepunkt war dann, dass... Kann man gut ergoogeln über Wikipedia sich dann auch über Wilfried Schulz was, der glaube ich lange, lange, lange Zeit die graue Eminenz war dort auf dem Kiez, der dann sozusagen auch dort gerichtet hat über Menschen und das Zusammenhalten sehr, sehr einflussreich gewesen, das wirklich noch so oldschoolig, wie man sich dann so vorstellt, 50er, 60er Jahre, dann dort auch Immobilien besessen hat, bekannteste Läden und so weiter, das kann man sich gut erarbeiten und natürlich hat man dann irgendwann auch Angst davor, wenn Leute von außerhalb kommen, dass die einem die Macht wegnehmen oder heißt es jetzt, wie man das so schön im Milieu sagt, dann heißt es jetzt ja auch gerade machen. Letztendlich der Hauptakteur, der Wiener Zuhälter in einer Auseinandersetzung mit Messern traktiert wurde, allerdings nicht in Tötungsabsicht, im Gegenteil, die Täter haben ihn dann, nachdem er einige Messerstiche abbekommen hatte, in ein Gebüsch vor das damalige Hafenkrankenhaus gelegt und haben dann 112 angerufen und haben gesagt, hier, da liegt ein Verletzter. Ja, kann man sich heute, kann man sich heute nicht mehr so vorstellen. Ja. Später in der Hauptverhandlung gab es ja diese Szene, die da auch so in die Kriminalgeschichte eingegangen ist, dass der Richter nämlich fragte, ja, wie ist das denn jetzt eigentlich passiert? Ja, ich bin ins Messer gefallen. Ja, sieben Mal. Von da an ist Wilfried Schulz der unangefochtene Herr der Unterwirt. Er pflegt Freundschaften zu Prominenten wie dem Schauspieler Horst Frank. Seine Beziehungen reichen von der amerikanischen Glücksspielmafia bis in die Hamburger Politik. Auch die Polizei kommt nicht an ihm vorbei. Es ist passiert und nicht nur einmal, dass also beispielsweise mal eine Waffe eines Kriminalbeamten verschwand, entweder gestohlen oder auch leichtfertigerweise irgendwo abgelegt und dann vergessen. Da genügte ein Anruf bei einer dieser Leitfiguren und dann wurde nur gesagt, du pass auf, so viel Uhr oder heute Abend, je nachdem, ist die Waffe wieder hier. Und die war auch da, weil natürlich damit vermacht war, das Unausgesprochene, nämlich wenn das nicht passiert, dann werden wir natürlich gezwungen sein, Durchsuchungen zu machen, Razzien zu machen und so weiter und das war natürlich das, was man überhaupt nicht gerne hatte. Genau, alles was das Geschäft stört, ist nicht gewollt. Das hat man auch gesehen während diesem Stress auf den Kiez, wenn dort Handgranaten geschmissen wurden unter die Autos, dann ist das, das ist live Grey Shark, Grey Shaky, Shaky. Das wurde, das wurde gar nicht gerne gesehen, weil alles, wenn die Bullen kommen, Durchsuchungen, so groß gegründet werden, stört jedes Geschäft, stört jedes Geschäft. Und das ist ganz oft, dass, dass auch, dass auch, dass auch das gibt es heute noch, dass Szenebeamte, kundige, Szene kundige Beamten gehen heute noch zu gewissen Größen hin und sagen, pass auf, das und das darf nicht sein, da und da, kümmere dich drum, sonst, sonst gibt es Heckmeck und das wird auch heute noch so gemacht. Also das ist, das ist keine, das ist keine Geschichte aus der Gruft oder irgendwie geschönt, das ist hundertprozentig so gelaufen, das, das, das ist für mich absolut glaubhaft und da gibt es diese Leute, die dann auch gesagt haben, wenn ich wegen dir Hausdurchsuchung habe und so weiter, dann bist du dran. Den Verlust ersetzt du mir und so weiter, nur weil du eine Knarre klauderst und so weiter. Das störte ja die Geschäfte. Ich habe nicht gewusst, sondern ich bin natürlich auch dumm gewesen und habe mich da zwei Straßen weiterhin gestellt und hätte ja auch dran denken können, dass die Nachbarn auch mal mit dem Hund rausgehen und mich da sehen. So und ich habe da gestanden und noch mit zwei anderen Frauen und wir haben geredet und geredet und gar nicht drauf geachtet und dann ist meine Mutter und mein Stiefvater damals vorbeigekommen und das war wie so eine Entführung. Auto angehalten mit quietschenden Reifen, mich reingezogen, naja und dann gab es erst mal. Ja, wird auch so lustig erzählt, was meinst du, wie das so sein muss, wenn du dann dann, du fährst von zu Hause los und deine Tochter sagt, die ist in der Schule oder sonst irgendwo und steht dann auf einmal am Straßenstrich. Also das wird natürlich dann auch so erzählt, als wenn das so ein Spaß ist und da fehlt mir dann immer so ein bisschen die Distanz auch um das zu sagen, na klar, was macht das denn mit einem? Also ich will mir das nicht vorstellen, wie das für Eltern ist, wenn du dann irgendwie vorbeifährst und, Dankeschön, Pionier, Dankeschön. Was meint ihr, wie das für Eltern ist, wenn die vorbeifahren und ihre Tochter irgendwo auch als Prostituierte irgendwo stehen sehen? Ja, das ist nicht so, es ist nicht so, wie man sich das so vorstellt und da ist mir egal, ich bin jetzt 18, das ist mein Leben oder sonst irgendwas, sondern die wussten ja auch, was dann auch passiert. Dieses Leben in diesem Milieu, das saugt die Leute ein, walgt die einmal durch und spuckt sie nachher wieder aus. Anne zieht zu ihrer Großmutter und geht wieder auf den Strich. Mit 19 wird sie von ihrem ersten Freund schwanger. Zwei Jahre später kommt das nächste Kind. Weil sie nicht verheiratet ist, schaltet sich das Amt ein. Auf St. Pauli gewohnt, auf St. Pauli gearbeitet, da war man schon unten durch, hat man keine Rechte gehabt und da hat man mir meine Kinder weggenommen. Der älteste war fünf und der andere war drei. Und dann hat man mir sie erst mal ins Heim gegeben. Dann hat das Amt gesagt, ich sollte, wenn ich solide jetzt arbeite, dann würde man mir die Kinder wiedergeben. Was auch aus meiner Sicht legitim ist, also es tut mir leid, ich weiß nicht, wie es bei euch so rüberkommt, aber das ist, es tut mir leid. Also wenn du auf dem Kiez anschaffst, ich will jetzt nicht sagen, ich weiß, dass Leute mich dann anschreiben und werden jetzt unter dem Video und sagen, warum soll eine Prostituierte nicht auch Kinder erziehen können. boah, also da tagsüber auf dem Straßenstrich und dann mit den Kindern zu Hause, ich weiß es nicht. Also es ist einfach so mein Gefühl, wenn das Jugendamt sagt, ja, wenn sie solide geworden sind, dieses Leben beißt sich einfach mit allem drumherum, was mit Familie zu tun hat. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht. Einfach dieses ganze Leben beißt sich damit. Natürlich ist es ein Job auch, ich will nicht sagen, wie jeder andere, weil das ist das, was mir auf der Zunge lag, aber das ist es halt nicht. Ja, die Kinder kriegen zwangsläufig Milieu mit oder wachsen da drin auf, das ist so. Ja, ein Unfeil und ein Kind bekommen, dann kommt das Amt vorbei, das waren noch Zeiten, oh ja, da kann man auch sagen, Gott sei Dank ist das zu Ende. Aber ich bin hier nicht ganz so, ja, ich bin da nicht ganz so, ich würde es Kindern einfach gar nicht wünschen, dann aufzuwachsen in einem Milieu, wo die Mutter anschaffen geht. Einfach, also wer das als gutes Umfeld ansieht, naja, kann ja auch nicht helfen. Ich habe solide gearbeitet in der Daffelstraße, damals hieß der Imbiss Schlachterhans, für 35 Mark die Nacht und, naja, da bin ich zum Amt und haben gesagt, nein, sie müssen noch ein halbes Jahr arbeiten. Es sind leere Versprechungen. Die Hamburger Behörden haben eine ganz zu Prostituierten mit Kindern. Kinder von Prostituierten werden ganz zweifellos nur in seltenen und geprüften Fällen bei ihren Müttern belassen werden können. Kinder von Prostituierten können in Heimen aufwachsen, sie können in Pflegestellen aufwachsen und ich sage Ihnen, jedenfalls nach dem Willen und der Vorstellung der Jugendbehörde, sie werden zu einem großen Teil in Adoptionsfamilien aufwachsen können. Ja, ist halt auch eine andere Zeit, darf man nicht vergessen. Hier hat der Staat natürlich noch, hier schwingt ja noch fast so, hier schwingt ja noch rübergeretteter NS-Staat so mit so ungefähr. Das geht mir jetzt hier schon zu weit, wie der Staat hier sagt, ja, in gewissen Situationen soll der Staat handeln, dafür ist dieses Jugendamt geschaffen worden und aber dann zu sagen, so Kinder weg, Heim, Adoption und so weiter, weil Mutter mal dies, das gemacht hat, boah, das ist schon, Gott sei Dank ist es da weiter, Gott sei Dank ist da, die sind da, die Rechte der Frauen so weit vor, so weit vor, vorangeschritten, um so wichtig, das aufzuzeigen, immer wieder, wie es mal war und was mittlerweile erreicht wurde. Ich glaube, wir sind immer noch nicht bei der absoluten Gleichstellung. Ich hoffe, dass das mal ein Prozess der da irgendwann auch mal abgeschlossen wird. Ich wüsste nicht, wohin, in Lohn, Gehalt, Chancen und so weiter, Männer und Frauen, wo es da eine Unterscheidung geben sollte. Ich bin da ein ganz großer Gegner von, mit diesen Unterscheidungen, finde ich ganz fürchterlich und kann man das mal sehen, wie hier dann die Rechte, ich will nicht wissen, wie das hier als Frau war, dann auch zum Amt zu gehen und welchen, was für einen Spießgutenlauf das war und auch wie dort Männer oder so, dann Frauen dort behandelt haben. Also das ist so, wow. Obwohl Hane dagegen protestiert, kommen ihre Kinder bald vom Heim in eine Pflegefamilie. Dann habe ich natürlich meine Kinder nochmal besuchen können, dann habe ich natürlich mit diesen Pflegeeltern Streit gehabt, dann hat sie gesagt, ich darf meine Kinder nicht mehr sehen, dann bin ich hin, dann habe ich ihr was an die Ohren gehauen und dann kriegte ich meine Kinder gar nicht mehr zu Gesicht, nur noch unter Beobachtung eines vom Amt. 29. Juli 1986, 10.20 Uhr. Das alte Hamburger Polizeipräsidium am Berliner Tor. Staatsanwalt Wolfgang Bistri ist schwer verletzt. Noch einen Tag lang kämpfen die Ärzte um das Leben des 40-Jährigen. Vergeblich. Im vierten Stock des Präsidiums liegen zwei Tote. Ich habe immer nur gedacht, das ist keine echte Waffe, die der da hat, wo soll er die hier haben? Aber in dem Moment stand Wolfgang Bistri auf und hat einen Schritt in seine Richtung gemacht. und Werner Pinzner hat geschossen, der hat ihm einfach in den Kopf geschossen. Werner Pinzner war ja einer der größten Auftragskiller da auf dem Kiez, der da ganz viele erschossen hat. Das sind unterschiedliche Dokus, die sind tonmäßig alle unterschiedlich eingestellt und nicht so meckern. Nur Großschrift, dann hau ab. Nur Großschrift ist beleidigend. Er hat mit seiner Frau noch gesprochen. Seine Frau hat sich vor ihm hingekniet, hat den Mund aufgemacht und er hat ihr durch den Mund in den Kopf geschossen. Und ich wollte weggucken. Aber er hat nur zu mir gesagt, und du guckst zu. Und dann hat er sich mit dem Rücken zu mir gesetzt und hat sich auch erschossen. Unklare. Ja, also die Story ist sehr, sehr umfangreich. Falls jemand hierzu Links oder Dokus hat, bitte schickt das an info-at-extremist-los.de Man sieht das hier, was man das mit der Frau nach so vielen Jahren noch macht. Also ich glaube, das können wir uns alle nicht vorstellen, was das bedeutet, sowas zu sehen, dabei zu sein und diese Toten dann da zu sehen, diese Situation so zu durchleben. Da kriege ich eine Gänsehaut. Und das ist lebensverändernd für immer. Das ist lebensverändernd bis ins Tiefste des Marks. Ist wie Pinsen an die Waffe gekommen ist. Er war im Sicherheitstrakt des Untersuchungsgefängnisses inhaftiert. Nach den Schüssen im Präsidium Fragen über Fragen an die verantwortlichen Senatoren. Ich glaube, der wurde ja dann schon festgenommen zu dem Zeitpunkt und sollte dann aussagen, wer wie was wo welche Auftragsmorde in Auftrag gegeben hat. Ich habe meine Jacke angezogen, aber nicht meinen Hut genommen. Dritten Sie zurück. Acht Auftragsmorde gesteht Werner Pinsner. Fünf davon schildert er in den kommenden drei Monaten bis ins Detail. Das Verbrechen an dem Bordellbesitzer Jehuda Arzi, der sich in einer Kieler Wohnung vor seinen ehemaligen Geschäftspartnern und seiner wachsüchtigen Ex-Frau versteckt hält. Tja, nur damit man immer, nur damit man immer mal sich das so, so reinpfeift. Was ist dann doch behauptet? Dann auf einmal, auf einmal abzuhauen, sich dann in Kiel zu verstecken vor der rachsüchtigen Ex-Frau, vor seinen Geschäftspartner und so weiter. Ja, Pinsners eigene Anwälter hat die Waffe in ihrem Schritt reingeschmuggelt. Krass. Naja. Nur, das darf auch hier immer nicht untergehen. Das ist genau das, worum es geht, dass es dann auf einmal heißt, so die eigenen Leute stellen sich gegen einen. Dann auf dem Milieu irgendwas verkackt, Geld weg, hier, dies, das und dann gibt es noch diesen Mordauftrag. Das ist das, was irgendwann passiert, wenn man in diesen Milieus rumhängt. Irgendjemand wird sich gegen die stellen und will an dein Geld oder an deine Macht. Den Mord an dem Bordellbesitzer Peter Pfeilmeier, den er in einen Hinterhalt lockt und mit einem Kopfschuss tötet. Den Tod von Dietmar Traub, genannt Lackschuh, den er bis nach München folgt, um ihn in einem Wald bei Otto Brunn zu erschießen. In Hamburg-Schnilsen tötet er den Bordellbesitzer Waldemar Dammer und dessen Wirtschafter Ralf Kühne. Stolz verkündet der Lohnkiller, ich habe von Flensburg bis München gemordet. Ein Auftragskiller wird vermarktet. Seine Anwältin, die zwölf Jahre lang den bis dahin unbedeutenden Kriminellen vertreten hat, wittert ihre große Chance. 50.000 Mark gehen über den Tisch. Der plaudernde Killer, genannt Mucki, gibt Geheimnis um Geheimnis Preis. Tatorte und Opfer, Höhe des Kopfgeldes und vor allem Auftraggeber. Was für ein Horror für das Milieu, wenn dann auf einmal der zuverlässige Profikiller dann auf einmal sagt, wie, wo, was und das dann bei der Polizei auspackt. Aber die Frage ist dann ja immer noch, wenn die Anwältin dann die Knarre gebracht hat, ist halt diese tiefe Ablehnung gegenüber dem Staat und so weiter, dann Staatsanwalt zu erschießen. Ich erinnere an eine Situation, da haben wir eine Vernehmung durchgeführt und da gab es Kuchen nachmittags. Gab es Kuchen. Das kam vor. Es war okay. Jeder hat ein Stück Kuchen gegessen, und das ist ja nichts, damit besticht man niemanden, das ist einfach eine zwischenmenschliche Geschichte. Jeder hat Hunger und da gab es halt Kuchen. Und da gab es, glaube ich, sogar Schwarzwälder Kirschtorte. Kann man sich trotzdem irgendwie nicht vorstellen. Könnt ihr euch das vorstellen? Also gerade verhaftet wegen 5, 6, 7, 8-fachen Mordes und macht dann da und dann gibt es irgendwie Schwarzwälder Kirschtorte. Ist trotzdem für mich irgendwie so. Es ist halt auch da, ist der Polizeiapparat Gott sei Dank professioneller geworden. Ich finde, es muss immer eine Distanz sein von ermittelnden Beamten, Staatsanwaltschaft, eine Distanz zum Täter und auch zum Zeugen, zum Opfer. Es muss eine professionelle Distanz sein. Also für mich ist das irgendwie da zu sitzen, dann über Mord und Totschlag zu sprechen und dabei essen wir alle gemeinsam ein Stück Kuchen und schlürfen aus dem Porzellan unseren Kaffee. Das ist für mich ein absolutes No-Go. Das muss man auch sagen, auch so zwischenmenschlich, aber es ist in unseren Zeiten und das ist Gott sei Dank heute auch nicht mehr so. Die Anwältin legte das Messer, das war ein großes Messer von unserer Schreibkraft, das diente natürlich nur zum Kuchenschneiden und zum Auffüllen. Die legte das Messer immer so, dass Werner Pinzner eigentlich dahin hätte hinlangen können und jedes Mal, wenn sie das Messer niederlegte, habe entweder ich oder Herr Schulz zugefasst und das Messer sofort wieder zu uns gedreht. Das war damals einfach nur unangenehm, dass man sagt, dass Lustiges erzählt, wie unangenehm das ist, aber lass uns trotzdem irgendwie zu. Also du könntest ja auch ein Stück Torte, könntest du ja auch in einen Raum weiterschneiden. Das ist irgendwie so, ist das für mich so super skurril. Wahnsinn, das zu hören. Die nicht sensibel, man kann doch nicht einfach so ein Messer so hinlegen, aber im Nahereinen sehe ich da natürlich etwas Schlechteres drin als damals. Nur das war eine komische Situation. Das würde man eigentlich nicht tun. Zu seinem Schutz wird Werner Pinschner an immer neuen Orten vernommen. Es hat verschiedene Beobachtungen gegeben an der Direktion Ost, am Gebäude der Direktion Ost, dass dort Personenbeobachtungen durchgeführt haben, Fotos gemacht haben, sich an der Kontrolle dann entzogen haben, also abhauen konnten. Dass wir da immer wieder befürchten mussten, er wird entweder befreit oder aber er wird erschossen. Diese beiden Befürchtungen hatten wir schon. Dass von außen Auftraggeber Interesse daran hatten, dass er nicht weiter aussagt. Du musst ja auch erstmal drauf kommen, dass den, den du schützen willst, dass der eine Waffe dann kriegt und dann den Staatsanwalt abknallt. Den Sprung musst du im Kopf erstmal hinkriegen. Also das ist schon ein Sprung, wo man sagt, okay, es wird alles gemacht, dass dieser Muggi Pinzner beschützt wird, damit der vom Million nicht getötet wird und er ist nachher der Täter. Das ist schon ein Sprung, wo man sagt, da muss man erstmal drauf kommen. Was wird der drogensüchtige Mörder noch gestehen? Für die Kiezgrößen ist der inhaftierte Lohnkiller genauso gefährlich wie der Auftragsmörder mit der 38er im Hosenbund. Hatten Sie denn Angst, dass man Ihnen da eventuell nähe, ich weiß nicht, wie das ist, ne, denn ich hab ja nun für diese Leute was gemacht und ich brauchst einfach damit rechnen, dass auch ich irgendwann mal drankomme, ne, da hab ich irgendwie immer mit, nach dem ersten Ding. Ja, ich bin mitwisser nun gewesen und das sind Leute, die vielleicht im Grunde genau schon allein von meiner Schnauze gar keinen Bock auf nicht. Klar, der, der alles weiß, der muss nachher entsorgt werden, der, der die ganzen Taten gemacht hat, ist natürlich die größte Gefahr, auch jetzt, wie er dann dort sitzt und dort aussagt, ist es dann natürlich der, der die Drecksarbeit gemacht hat, ist klar, dass der dann mit weg muss. Das ist sowieso, wenn man dann nachher hört, die legen zu dritt für den Mord zusammen und so weiter, ja, jeder hat 20.000, dann 60.000 dafür einen Mord, um den und den zu beseitigen, jeder weiß, auch in diesen Milieus diese Verschwiegenheit, die gibt es nur ganz, ganz selten. Willst du ein Geheimnis, willst du ein Geheimnis geheim behalten, dann verrat es gar keinem, also so einfach ist das. Es gab also Pläne, Werner Penzner, den Killer selbst umzubringen und hierfür war auch ein Tatort schon ausgeguckt worden. Werner Penzner sollte hierher gelockt werden und sollte, wie weiß ich nicht, auf jeden Fall umgebracht werden und Spuren sollten vernichtet werden, indem man seinen leichnahen Kampfhunden zum Fraß vorwerfen wollte. Nur damit man immer wieder drüber spricht, über was wir hier auch sprechen, also den eigenen Hunden zum Fraß vorwerfen, Von Auftragskillern hatte man bis dahin zwar gehört, gelesen, wusste, dass es so etwas in der Mafia in Italien gibt, aber man hätte noch nie geglaubt, dass in Hamburg so ein Mensch rumläuft. Seine Geständnisse garniert Penzner mit Details. Er, der wichtigste Zeuge der Staatsanwaltschaft, ist der Verräter aus der Unterwelt. Ich finde, der sieht schon, der hat schon, der hat schon was an den Augen, oder? Wer kassiert in den Bordellen? Wie brachten die St. Pauli-Größen den Strich an der Süderstraße unter Kontrolle? Schießereien und dann eben auch zunehmend Morde. Altzuhälter gegen Jungluden, GmbH gegen Nutella und immer wieder dieselbe Waffe, ein Arminius Revolver vom Kaliber 38 Spezial. In den Puffs verdirbt die Aids-Angst das Geschäft. Aus Partnern werden Todfeinde und Tote. Bordell-Boss Mischa Luchting wird mit vorgehaltener Waffe gezwungen, sich in einem Wald aufzuhängen. Ja, das ist das, was halt übrig bleibt. Wenn das Geld nicht mehr läuft, sind auch die Freundschaften kaputt. Der Klebstoff von jeder Gang und in jedem Milieu, auch wenn die Leute was anderes erzählen, das ist scheißegal, ob kriminelle Bande, Rockerbanden oder sonst irgendwas, läuft's Geld nicht mehr, läuft's auch mit der Kameradschaft und mit der Bruderschaft nicht mehr. Ist einfach so. Weil wir haben natürlich auch fotografiert und man man hatte natürlich dann Bilder von allen beteiligt. Alles, was Rang und Namen hatte in der deutschen Rotlicht- und Verbrecherszene hatte man auf Bild, hat sie mal gesehen, konnte. Werner Pinsner will dazugehören. Skrupellosigkeit ersetzt bei dem Kleinkriminellen aus Hamburg-Bramfeld die Klebberness. Über eine abgebrochene Schlachterlehre, die Bundeswehr und die Seefahrt kommt er als Hilfskellner nach St. Pauli. Seine Tochter wird geboren. Die erste Ehe scheitert. Und nach einem Raubüberfall sitzt er neun Jahre im Gefängnis. Erste Drogenerfahrungen. Mucki schmückt sich mit Statussymbolen und wird vom Milieu entdeckt. Der Mann fürs Grobe. Tja, wie viele, die dann immer danach gesucht haben und sich dann irgendjemand das haben machen lassen. Man selber dann ja auch sich nicht in die Gefahr zu begeben. Es gab Leute, die es bis heute gibt, die dann für einen relativ sogar schmalen Taler zu Sachen bereit waren. Also wenn ich mich erinnere, die Schüsse dort in Hamburg auch auf die Hells Inges da für 10.000 Euro. Ich meine 10.000 Euro. Dafür kannst du heute nicht mal mehr ein relativ gutes Auto kaufen. so. Der erste Auftrag, den sie übernommen haben, dann wurde mir gesagt, ich soll den Fänger ertragen, ob ich so was machen würde. Dann sagt er, wie willst du das machen? Ich sage, ich gehe hoch und knall ihn weg. Da sind halt schon schwere soziopathische, psychopathische, da sind ja schon Dinge, da berühren sich ja schon Kabel im Kopf, da ist ja richtig was los. Also das steckt dann auch in einem da von dieser Haftzeit, Trennung, Familie und so weiter, da ist dann schon schwer was passiert. Immobilienhaie versuchen die letzte Mark aus den Bordellen herauszuholen, denen aus Furcht vor Ansteckung die Freier ausbleiben. Die Zuhälter schnupfen sich mit Koks ihre Misere schön und entdecken das mit Rauschgift, das wirklich große Geld zu machen ist. Beim ersten Auftragsmord wird in der Ritze der Chinesen Fritz vom Barhocker geschossen. Wie bei Mackie Messer hat keiner was gesehen, gehört, gewusst. Männer des Ausgleichs überleben. Hanne Kleine macht Profiboxer wie René Weller fit fürs Leben, im Ring und außerhalb. Sein Boxring unter der Ritze ist Treffpunkt für Politik, Porno, Prominenz und Polizei. Ja. Also wie gesagt, wer hier zu Dokus findet, bitte schickt mir die gerne rüber. Ist ein bisschen wild, dann geschnitten, fehlen halt Sachen, aber war Copyright mäßig nicht anders zu finden. Schickt mir das gerne rüber. Und das muss man auch mal sagen, wenn das so im Fernsehen gezeigt wird. Ich bin ja auch, ich hab das ja auch mal bei Leroy zu Besuch war, diese Laura da, die bei RTL 2 da immer rumhopft und da einen auf, ich bin die nette Prostituierte, ist alles ganz toll nebenbei da rumhüpfe, ganz, ganz fürchterlich, was die da im Fernsehen verbreitet, bei Social Media. Das ist ganz, ganz fürchterlich und da muss man sich das auch immer zu Gemüte führen, was das so heißt, dann dort vom Stuhl geknallt zu werden. Alle sitzen dann in dieser Kneipe drin und diese Gewalt, wie gesagt, jetzt gerade am Wochenende aus, ich will sagen, um Geld, Milieusachen, aus Rockerclubs, da jemand erschossen, zwei Menschen tot erschossen, das sind Dinge, die dann auch passieren und ob das dann wirklich die goldenen Zeiten alles war, weiß ich nicht, vielleicht haben sie da besser verdient, aber wenn wir da die Toten sehen und sonst was und Streit untereinander um jeden Cent, um jeden, Wahnsinn, also Gott sei Dank, Gott sei Dank, darf ich mich heute als solide bezeichnen, das ist auch, das ist auch gut so. Dankeschön für alle, die mit dabei sind auf dieser Reise, vielleicht sehen wir uns heute nochmal und ja, ich bedanke mich alle mit dem Prime Abo und alle, die das auf irgendeine Art und Weise unterstützen, Dankeschön, dass ihr diese Reise mitmacht und checkt ansonsten alles aus und ich verbleibe wie immer mit einem Ahoi von der Küste.